Stell dir einfach mal folgendes Szenario vor. Du suchst auf Amazon nach neuen Nischen, findest einen sehr interessanten Bereich, wo du dir denkst, hey, pass auf, die Nachfrage ist super, hier habe ich auf jeden Fall Chance, die Konkurrenz zu schlagen. Ich gehe in diesen Bereich. Du legst los, du setzt das Buch um, steckst vielleicht 1.000, vielleicht sogar 2.000 Euro in deinem Projekt, arbeitest mehrere Wochen an diesem Projekt, hast ein echt cooles Buch, launch dein Buch, möchtest die Werbeanzeigen anschalten und bekommst von Amazon plötzlich die Mitteilung, hey, du darfst für dein Buch keine Ads schalten. Genau darum soll es heute einfach mal gehen, denn mir ist aufgefallen, einige Leute von euch veröffentlichen da draußen Bücher, die für das Amazon Advertising Programm gar nicht in Frage kommen. Deswegen möchte ich euch für diesen Bereich einfach mal sensibilisieren, denn für mich ist dieser Bereich in der Nischenrecherche häufig ein K.O.-Kriterium, warum ich mir dann sage, hey, pass auf, in diesen Bereich kann ich gar nicht reingehen, denn ich kann es mit Werbeanzeigen nicht bewerben. Und ihr wisst mittlerweile, Werbeanzeigen sind einfach essentiell geworden. Das heißt, wenn ihr initial diesem Buch überbezahlte Werbung nicht habt, habt ihr einfach einen Wettbewerbsnachteil. Das ist einfach so. Wir können uns am Anfang es einfach gar nicht leisten, auf diese Sichtbarkeit zu verzichten, es sei denn, du hast natürlich irgendwie externen Traffic und so weiter. Da wären wir übrigens schon beim nächsten Punkt. Ich habe vor ein paar Monaten mal ein Video zum Thema externen Traffic gemacht, blende ich euch hier oben auch nochmal ein. Auch das ist für mich ein K.O.-Kriterium in der Nischenrecherche. Was meine ich damit? Habe ich euch einfach nochmal hier ein Beispiel rausgesucht. Jamie Oliver, 5-Zutaten-Küche. Verkauft sich brutal gut. Wir haben momentan einen Sales-Rank von 275. Richtig, richtig gut. Allerdings seht ihr hier am historischen Sales-Rank, das ist das Tool Helium 10, da habe ich auch schon mehrere Videos zu gemacht, seht ihr immer mal wieder, wie plötzlich der Sales-Rank von einem Niveau von 1000 runter geht auf 100. Und hier von 600 auf 122. Von 600 auf 15. Wie kann das sein? Kann ich euch sagen, externer Traffic. Der Jamie ist wieder in irgendeiner TV-Serie aufgetreten oder hat vielleicht eine eigene Serie und immer, wenn diese Serie ausgestrahlt sind, ihr seht das, das ist ein 7-Tage-Takt, dann verkauft sich dieses Buch wie blöde und geht dann immer wieder weiter hoch, bis es wieder einen Push bekommt und geht wieder hoch. Das ist natürlich Nachfrage, auf die du überhaupt nicht zugreifen kannst und du selbst kannst gar nicht einschätzen, was davon ist jetzt extern und was ist wirklich organisch über die Amazon-Suchleiste. Aber, darum soll es heute nicht gehen, sondern wir wollen uns einfach mal anschauen, welche Bereiche für Amazon Advertising einfach verboten sind. Es gibt hier solche Richtlinien, ich kann mal hochscrollen, die nennen sich Richtlinien zur Annahme von Sponsor-Display-Anzeigen. Und hier könnt ihr euch mal so ein bisschen durchwühlen und ich möchte euch einfach mal ein paar Bereiche vorstellen, die einfach verboten sind. Fangen wir mal mit etwas an, was wahrscheinlich relativ offensichtlich ist, obszöne Begriffe, Schimpfwörter. Fuck, Shit, was auch immer. Ich weiß gar nicht, ob ich das selbst hier sagen kann in dem Video. Vielleicht muss ich es nachträglich zensieren. Solche Bücher können in der Regel nicht beworben werden. Ich sage auch dazu, ihr werdet immer wieder Beispiele finden, die das widerlegen. Beispiele, die trotzdem Werbung schalten können. Warum das so ist, warum Amazon da nicht gegen vorgeht, weiß ich nicht. Es gibt Bücher, die verstoßen gegen die Richtlinien und können trotzdem Werbung schalten. Ich vermute einfach, dass Amazon die einfach durchgewunken hat und der Algorithmus da keinen Alarm geschlagen hat. Ich weiß nicht, wie es sonst funktioniert. Also, solche Begrifflichkeiten funktionieren nicht. Dann, wir können hier mal so ein bisschen rumscrollen, Produkte, die schnellen Reichtum versprechen. Ja, ich zeige euch mal ein Beispiel. Reicher als die Geisens. Mit 0 Euro Startkapital in 5 Jahren zum Immobilienmillionär. Ja, meiner Meinung nach ist das ein Produkt, was schnellen Reichtum verspricht. Ja, in 5 Jahren zum Millionär. Auf der anderen Seite könnte man jetzt wieder sagen, hey, pass auf, schnell ist relativ. Für einige sind 5 Jahre eine Ewigkeit, für andere sind 5 Jahre zum Millionär schnell. Vielleicht kann dieses Buch deswegen noch erscheinen. Nächster Punkt, den ich euch zeigen möchte, sind Bücher zu aktuell brisanten Themen. Politisch, religiös und so weiter. Und da habe ich euch einfach mal dieses Buch hier mitgebracht. Corona-Fehl-Alarm, Zahlen, Daten und Hintergründe zwischen Panikmache und Wissenschaft. Kennt ihr, ja. Es gibt Leute, die das Coronavirus ernst nehmen, Leute, die es nicht ernst nehmen und so weiter. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr brisantes Thema, welches meiner Auffassung nach gegen diese Richtlinien hier verstößt. Wir scrollen mal weiter. Was gibt es noch so? Ja, Produkte, Moment, 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 Produkte, die behaupten, eine beliebige Krankheit oder Sucht zu diagnostizieren, zu heilen, abzuschwächen, zu behandeln oder zu verhindern. Und das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn das sehe ich immer wieder. Leute, die zum Beispiel Bücher, ich habe jetzt ja mal ein Beispiel mitgebracht, ja, zum Thema Trauma heilen. Oder wir können auch einfach mal hier heilen eingeben, dann werdet ihr auch sehen, so Lebensmittel, die irgendwas heilen und so weiter. Also mit Heilversprechen müsst ihr ganz, ganz stark aufpassen, gerade im Titel. Selbst wenn es vielleicht rechtlich gesehen einwandfrei ist, kann es trotzdem sein, dass Amazon euch für die Werbeanzeigen sperrt und ihr euer Buch nicht bewerben könnt. Das ist jetzt bei mir im Umfeld bei einer Person einfach mal passiert. Die hat monatelang Werbeanzeigen schalten können und plötzlich ist Amazon eingefallen, oh, du verstößt ja gegen die Richtlinien und seitdem wurde das Buch geblacklistet. Man sagt auch, oder man redet häufig von so einem Shadowban, dass du gar nicht richtig mitbekommst, dass du keine Werbeanzeigen mehr schalten kannst. Du siehst einfach, du bekommst keine Impressionen mehr, null. Ja, und sowas solltet ihr natürlich vermeiden, indem ihr schon vorher schaut, dass ihr gewisse Begrifflichkeiten einfach nicht verwendet. Ja, hier auch nochmal der Hinweis, ja auch gerade so Bereiche aus dem Erotikbereich, ja, Sexstellung, was auch immer, da müsst ihr echt aufpassen. Das sind, und das sage ich dazu, das sind zum Teil sehr lukrative Nischen. Ja, weil hinter so einem Heilversprechen, hinter sexuellen Geschichten, hinter politisch brisanten Themen steckt natürlich auch immer ein gewisses Interesse, eine gewisse Nachfrage. Und das sind Bücher teilweise, die polarisieren und so weiter. Und da kann man echt gut mit verkaufen, aber habt das auf dem Schirm. Und nur, weil einige doch vielleicht Ads schalten können, ihr seht das hier, ja, dieses Buch kann zum Beispiel über erotische Massagen Ads schalten. Dann heißt das noch lange nicht, dass ihr das später auch könnt. Also habt das auf dem Schirm. Damit soll es auch gut sein hier in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt das begriffen. Schaut euch das mal an. Ich packe das auch mit in den Beschreibungstext. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Tom.